servus grüßt euch seht ihr ist der ganze schnee wieder weg dafür haben wir heute reichlich wind ohne so toll na ja irgendwas ist halt immer so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, den Kollegen können wir uns, glaube ich, wieder aufräumen. Mal sehen, ob man dieses Jahr noch immer brauchen. Naja, das Wetter ist halt wirklich alles anders als schön. Das soll bei uns fast ab Dienstag wahrscheinlich besser werden, aber da sind wir ja eh wieder auch rein. Da haben wir nicht wirklich viel von dem Wetter, das können wir ja bloß unter dem Fenster aus uns angucken. Aber so ist es nun mal. Aber die richtige Zeit, wo wir dann immer ein bisschen was machen können draußen und wo wir dann anfangen, den Garten auf Vordermann wieder zu bringen. Die kommt ja noch. So, ich danke euch fürs Zugucken. Macht's gut. Ciao, ciao.